Ich will den unbedingt tot sehen. Ich find das lustig. Dumme Sau. Ich hab so ne Gefühle verletzt. Wieso tust du mir das an? Wieso verletzt du nur meine Gefühle? Ich hab Gefühle. Roboter, Roboter. Roboter, Roboter. Hier, wenn du Gras kaputt haust, bekommst du Seed, ne? Ich weiß. Was? Geh ich damit schon ne Farm anpflanzen? Ja, so hätt ich wohl. Und praktisch? Ich hab doch irgendwas gesehen, glaub ich. Ah, ich höre eine Zombie. Nicht sterben. Doch. Nein. Oh Gott, es ist dunkel da außen. Es ist dunkel. Hä? Das musst du mir jetzt erklären. Was ist das für eine seltsame Treppe? Wieso, sie funktioniert doch. Hä? Oh, wir sind am Ende der Welt gelandet. Ja, das war die Wand, von der ich gesprochen hatte. Was? Ja. Da, so ein gerader Schnitt. Krank, ne? Ist irgendwie auch geil. Wow, ist das echt cool. Ohne Witz mal. Ja, sag ich ja. Das ist wie in Atlantis oder so. Das sieht so Hammer aus gerade. Ohne Witz mal. Und das ohne Glas. Krass. Vielleicht war das hier oben jetzt zu. Dann sieht das richtig Raumschiff Enterprise aus. Mit Stein, ne? Ja. Die Dinger lass ich jetzt mal stehen. Die Dinger. Ja. Ey, und dann können wir da direkt zu unserem Zombien, zu unserem Sporn hin. Ey, ich hab voll die geile Karte, ey. Ja, zufällig halt, ne? Ja, ey, ich bin voller geile. Voller geile. Nein. Natürlich. So ist bestimmt auch damals Alantis entstanden, weil Gott irgendeinen Fehler gemacht hat. Deine Mann. Mit seinen Chants. Du bist gleich tot. Oh, bin ich gleich tot. Du bist so leichtbar. Ach, dann bin ich doch noch nicht tot, ey. Joch. Ohneee. Da hat er's kaputt gemacht. Du möchtest das einfach so. Oh, es sah so schön aus. Ach, halt dein Maul. Es war wirklich schön gewesen. Ist noch immer schön. Nein. Natürlich. Du hast es gerade kaputt gemacht. Scheiße, ich hab dich weg kaputt. Dann mach ich das einfach so. Fuck. Es wird immer schlimmer. Wie mach ich das denn jetzt am Ende? Ich wüsste ja wie, aber ich will sehen wie du dich, wie du dich hier verbaut hast. Du bist auf dem Weg, sonne. Jetzt hast du die Treppe kaputt gemacht. Toll. Ja, die kann ja gleich wieder Heide machen. Als ob die Treppe das Thema wäre. Ja. Sehr interessant. Warum hast du das jetzt gemacht? Ja, weiß ich auch nicht. Lass mich gerufen. Das muss ich dich jetzt echt mal fragen. Wie hast du den jetzt weg gemacht? Ich weiß es nicht. 觀看. Ja, das ist so. Was war der Fall. Total Failure. Ja. 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 Alantes wurde auch nicht an einem Tag gebaut. Auch wenn das Rom war. Ne, Alantes. Ja, die schöne Wand ist kaputt. Und du machst sie immer noch mehr kaputt. Weißt du, das war ganz richtig cool, ne? Dann kommst du und zerstörst dieses Wunderwerk der Natur. Das ist ein Bug gewesen. Ein Wunderwerk. Das wird auch viel cooler, Marcel. Ja? Werde ich ja sehen, wenn ich mal in der Let's Place gucke. Guckst du ja nie. Ich weiß jetzt, dass du Atlantis gefunden hast. Ne, die Atlantis erbauen werden. Ich krieg nur Hörschaden. Du hast einen Hörschaden? Mehr schlafen. Ich geh mal kurz auf die Toilette. Mach das. Was kann ich denn in der Scheiß über dich erzählen? Nein. Doch. Nee. So, ich weiß gar nicht, was da ist. Ja, das ist noch geil. Du darfst dir da jetzt überhaupt einen Stein hinsetzen? Ja. Du darfst dir nur nicht wegmachen. So war das. Und dann haltet ihr voll die geile Halle, ey. ... oder Badezimmer ... oder eine Halle ... Sieht so viel authentischer aus ... Okay, gut ... Ich habe keine Steine mehr ... Krank ... Ich bin hier noch ein bisschen weg, aber dann muss ich auch langsam wieder ... ... zu meinem anderen zuhause gehen ... ... aber hier wird es auch richtig geil ... Ein bisschen weg ... ... Weil jetzt habe ich da schon wieder richtig cool aussehen gemacht ... Ja? Zeig ... Scheiße ... Das ist trotzdem noch doof ... Das war geil ... Ich habe keinen Takt ... Hey ... 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 Weißt du, was ich gerade gesummt habe? Hm? Rate mal ... Keine Ahnung ... 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 Nenenenen. Nenenenen. Was ist da? War Zelda. The Wind Waker. Boar, weißt du noch wie die Leute hier? Weil das mein Lieblingsteil ist. Wind Waker ist dein Lieblingsteil? Boar, lass uns schauen. Das hat einfach meistens Spaß gemacht. Lass uns schauen. Jeder weiß, dass Okarina auf Time and Lessons hat. Jeder hat eine eigene Meinung. Ja, aber dein ist verkehrt. Meiner ist aber verkehrt. Jeder hat eine eigene Meinung. Okay, aber dein ist verkehrt. Ja. Aha. Das wird mich als ankotzen. Ich finde, Ocarina ist nicht so gut wie Wunderbaker. Was? Oh, du wirst nachher in den Kommentaren so geflamed. Na und? Schlag dich. Dann sagen wir es doch nochmal so, mein erster 3D animiertes Zelda war auch Wind Waker. Animate, was? 3D animiertes Zelda war bei mir auch Wind Waker. Ja, trotzdem. Deswegen finde ich Wind Waker am besten. So, Ocarina of Time überhaupt schon mal durchgespielt? Natürlich. Ohne Sheets. Bist du geistig? Sonst würde ich das ja nicht behaupten. Ha? Sonst würde ich ja nicht behaupten, dass ich Wind Waker besser finde. Ha? Ha? Aha. 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 Ich finde, bei Wind Waker ist aber viel mehr Atmosphäre irgendwie. Mit Ocarina of Time konnte ich mich nicht ganz anfreunden. Ich kann mich bis heute nicht mit Wind Waker anfreunden. Ich finde Wind Waker war voll der Scheiße. Warum? Weil er voll beschissen war. Nein. Natürlich. Wieso ist Wind Waker beschissen? Falls Wind Waker ist. Sag mir, warum ist er beschissen? Sag mir erstmal, warum Ocarina of Time eine scheiß Atmosphäre? Ähm, ich finde einfach jetzt im Gegensatz zu Wind Waker, Finn hat das nicht so viel Atmosphäre. Bei Wind Waker bist du die ganze Zeit nur auf diesem Dreckschiff und kannst dann ab und zu meine Insel besuchen. Ja. Das ist doch Wind Waker. Ich mag aber das Setting. Ganz einfach. Deswegen gefällt mir das auch so. Mhm. Ich stehe auf dieses Insel-Setting. Deswegen hat mir das, hat mir der Setting auch am meisten gefallen. Solltest du abgewöhnen. Warum? Was? Das Insel-Setting. Weil Ocarina of Time besser ist. Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Ja! Doch! Gib mir einen Grund, warum das besser ist. Ich kann dir 1000 nennen. Nennen wir 1000. Ich zähl mit. Es hat ne geile Lustre. Ja, ich zähl mit. Du weißt genau, wie das gemeint war. Nein! Du hast gesagt 1000. Nein! Fang an! Nein! Also nicht. Das ist ja doch nicht so gut. Oh, guck! Nur weil du mich ablenkst! Du bist so ein... Gut, okay, was? Ich hab vergessen für Wagen. Du hast mich grad schon wieder gefreut, dass ich Mist gebaut hab, oder? Ja! Wie ein Spass. Ocarina of Time ist besser. Fake! So fake. Hab ich noch was anderes sagen sollen. Nein, also... Fail, meinst du? Nee. Irgendwie auch. Ich glaub, bis zum nächsten Mal baue ich das ein bisschen weiter aus, sonst müsst ihr euch jetzt auch nicht hier angucken. Haha! Wind Waker ist der beste Zellnertal, den ich kennen. Ich geh wieder rein. Ich fuhr mir jetzt unten ein Bett. Dann geht's zu pennen. Ja, will ich sagen, oder? Mhm. Ja, komm, komm, wie? Ich geh zurück zum Haus und mach' Schluss. Du findest das Haus nicht! darf doch einfach runden, sonst findest du hier unten nicht wieder. Natürlich find ich das wieder, ich muss nur in die scheiß Wand gehen, das rausfinde ich auch wieder. Siehst du, dann lass doch hier jetzt eben vor. Ja, okay, gut, warte. Ich hab noch so'n Ding gefunden. Guck, da ist Salatis. Okay, Leute, dann baue ich das Teil bis zum nächsten Mal ein bisschen weiter aus. Und ja, das müsst ihr euch jetzt auch nicht mehr so angucken. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.